Die Mainau-Lichtenfels ist Ausgangspunkt für ein Abenteuer der besonderen Art, für Floßfahrten auf dem Obermain. Wir sind dermaßen mit Herzblut bei der ganzen Sache. Es ist also nicht für uns bloß einfach im Geschäft. Da geht es am meisten mit dem ersten Mal los. Bereits wenige Tage nach dem Aufbau geht es auch schon los. Gespannt warten die Teilnehmer auf das, was da auf sie zukommt. Und das kann sich hören und sehen. Fränkisches Bier vom Fass, dazu die Klassiker vom Grill bis hin zu Brezen, Kaffee und Kuchen. Für die passende Stimmung an Bord sorgen Musiker, die ihre Instrumente beherrschen. Und wer Lust bekommen hat, der sollte sich schnell anmelden. Denn der Obermain mit seinem Gottesgarten, der schönen Natur, den vielen Lebewesen am Fluss, darf nur von Anfang Mai bis Ende Oktober befahren werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017